Zufrieden mit dem Kaffee und dem Kee? Das hier Weihnachtsbärsch. Kommst du jetzt? Ja. Papa will was vorlesen. Komm doch schon. Setz dich mal. Ja. Weihnachten, Weihnachten. Die Tiere in der Grube. Kenn ich nur noch. Oh ja, das wird bestimmt spannend. Das Schwein ging nach Petersburg in die Kirche. Da begegnete ihm der Wolf. Schwein, Schwein, wohin des Weges? Nach Petersburg, beten. Nimm ich mit, Schwein. Na gut, komm. Komm, Gevatterchen. Sie gingen zusammen weiter und trafen die Füchsen. Schwein, Schwein, wohin gehst du? Nach Petersburg zur Kirche. Wo liegt in Petersburg? Nimm ich mit. Komm nur, Gevatterin. Dann trafen sie den Hasen und das Eichhorn. Die gingen auch mit. Da kamen sie an eine tiefe, breite Grube. Das Schwein sprang und fiel hinein und hinter ihm drein der Wolf, der Fuchs, der Hase und das Eichhorn. Da saßen sie nun lange und hatten Hunger. Hab ich auch. Denn es gab nichts zu fressen. Hab ich auch. Oh, sagt der Wolf mit Tiefpass. Oh, oh, oh. Das Schwein, schon etwas weicher. Oh, oh, oh. Noch dünner der Fuchs und das Eichhorn und der Hase. Die sind niedlich. Pass mal auf. Da fraßen die Tiere das Eichhorn und den Hasen bis auf die Knöchelchen. Och, Menno. Am nächsten Tag sagte die Füchsin, Wer die tiefste Stimme hat, den fressen wir. Jetzt geht das schon wieder los. Weiter mal still. Das war der Wolf. Den fraßen sie nun. Die Füchsin fraß das Fleisch und verpackt die Eingeweide unter sich. Was sind denn Eingeweide? Zeugs in dir drin. Drei Tage saß sie da und fraß davon. Von den Eingeweide? Er fragte das Schwein. Was fristen du da? Gib mir etwas davon. Ach, Schwein. Ich ziehe meine Eingeweide heraus. Reiße auch du deinen Bauch auf und friss dein Eingeweide. Das ist jetzt eklig. Das Schwein tat es und wurde ein Fraß für die Füchsin. Und was ist mit der Füchsin jetzt? Die Füchsin, die blieb ganz allein in der Grube. Ob sie herausstieg oder nicht oder noch darin sitzt, wirklich, das weiß ich nicht. Schluss. Komische Geschichte. Ja, das finde ich auch. Sind alle so? Na, viele von denen. Wo kommen die her jetzt? Na, das ist so eine Sammlung aus russischen Volksmärchen. In dem Fall von Alexander Van Aschie. Ich lese da noch welche vor. Da freue ich mich drauf. Wollen wir jetzt was singen? Oh, nee.